Im Rahmen der Energiewende werden zahlreiche Gebäude energetisch saniert. Der Austausch alter Fenster spielt dabei eine wichtige Rolle. Ausgediente Kunststofffenster können in einem geschlossenen Materialkreislauf recycelt werden. Energieeinsparung plus Nachhaltigkeit, genau dies ist das Anliegen des Wettbewerbs umweltgerechte Modernisierung. Er wurde im Januar 2012 zum zweiten Mal von der Revindo Fenster Recycling Service GmbH und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. AGPU Bonn ausgelobt. Diesmal konnten sich auch Fensterbauer und öffentliche Bauherren direkt bewerben. Die Wartburg oberhalb von Eisenach, ein Symbol für die Nachhaltigkeit von Bauwerken wie auch für die dort entstandene deutsche Bibelübersetzung Martin Luthers. In der Tat ein angemessener Ort für den Startschuss zum Wettbewerb. Zum Auftakt der für zwei Jahre ausgelobten Aktion versammelten sich Initiatoren, Jury und ein Repräsentant des Schirmherrn im historischen Rittersaal. Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft von Professor Harald Herrmann, Leiter und Direktor des Bundesamtes für Stadt-, Bau- und Raumforschung, kurz BBSR, in Bonn. Es war eine sehr gute Auftaktveranstaltung. Vor allen Dingen habe ich mich sehr gefreut, dass die Referenten und die Redner heute hier morgen auf der Wartburg doch sehr schön den Bogen geschlagen haben über alle Themen, die wir mit unserem Wettbewerb abdecken wollen. Zum einen die energetische Sanierung, was wichtig ist, aber gleichzeitig eben auch das gesamte Feld des Recyclings, der Ressourcenschonung. Es gab erneut interessante Bewerbungen. In der Bad Kissinger Pfalzstraße liefen energetische Sanierungsarbeiten an vier Wohnblocks der ehemaligen US Housing Area. Der Investor Scheible Immobilien aus Raststadt hatte die leerstehenden Häuser mit 84 Wohneinheiten erworben, um sie in modernen Wohnraum umzuwandeln. Dabei wurden vom Unternehmen Kessler Fensterbau GmbH 750 alte Fenster gegen moderne, energiesparende Kunststofffenster ausgetauscht. Die ausgedienten PVC-Rahmen landeten in einem Spezialkontainer und wurden per Lkw in die Recyclinganlage der WK Umwelttechnik GmbH nördlich von Eisenach transportiert. Diese werden dann auch einer Wiederverwertung zugeführt und werden eben nicht verbrannt oder deponiert, sondern bei uns im Werk vollständig wieder aufgearbeitet und zu sortenreimen PVC-Granulat verarbeitet, was dann wieder der Kunststofffensterindustrie zugeführt wird. Szenenwechsel. In einem ruhigen Wohnviertel des Münchner Stadtteils Giesing hatte sich der Bauverein Giesing zur Modernisierung eines Wohnblocks mit 50 Wohnungen entschlossen. Mit dem Fensteraustausch wurde das Münchner Unternehmen Briegel Bauelemente und Sonnenschutz GmbH beauftragt. Auch die Giesinger Altfenster fanden dank des bundesweiten, von Revindo organisierten Materialkreislauf den Weg in ein zweites Leben. Das Credo von Revindo ist, dass PVC-Altfenster Rohstoff sind. Rohstoffe sollten auf jeden Fall nicht auf der Deponie landen, sondern wiederverarbeitet werden. Rohstoffe sollten eben auch nicht in der Müllverbrennung landen, sondern tatsächlich der Wiederverarbeitung zugeführt werden. Das seit 2002 in Deutschland tätige Recycling- und Wiederverwertungssystem für PVC-Altfenster ist längst noch nicht allen Insidern der Branche bekannt. Aber immer mehr Fensterbauer und deren Auftraggeber erfahren von den ökonomischen und ökologischen Vorteilen des werkstofflichen Recyclings. Irgendwann war es dann so weit, dass bei uns ein Objekt anstand und wir dann gesagt haben, okay, in Verbindung mit dem Bauherrn, das probieren wir jetzt mal aus, das System. Und es erschien uns doch also eine sehr, sehr gute Sache. Bei einem weiteren Projekt in Norderstedt bei Hamburg stand auch der Aspekt der Lebensqualität mit im Vordergrund. Das Seniorenwohnheim Hoggendor bekam nicht nur 140 neue, sondern auch schalldämmende Energiesparfenster. Der Verkehrslärm an der viel befahrenen Kreuzung beeinträchtigt nun nicht mehr das Wohlbefinden der Bewohner. Zum einen sehen die neuen Fenster besser aus, zum anderen bieten sie eine höhere Schallisolierung. Wir sind hier an einer der meist befahrenen Straßen, an der Oldsburger Straße in Norderstedt, sodass die Schallisolierung ist halt durch diese Fenster viel besser, was für die Bewohner natürlich einen Benefit gibt. Und energetisch ist es natürlich ein großer Vorteil, weil eben nicht mehr so viel Energie verloren geht durch die alten Fenster. Das Revindo-System erfreut sich mittlerweile bei vielen Fensterbauunternehmen großer Anerkennung und bisweilen auch aktiver Unterstützung. Wir sind ein sehr alter Fensterbaubetrieb. Wir fährt den Fenster seit 1968 und als der Gedanke aufkam, alte Kunststofffenster wieder zu recyceln, sind wir also mit Feuer und Flamme dabei gewesen und haben diese ganze Entwicklung verfolgt. Unser Unternehmen steht auch dahinter. Wir betrachten es als wichtig, dass die Wertstoffe oder die Rohstoffe wieder in den Wertkreislauf mit einfließen. Die Strategie des Fensterbauunternehmens hatte Erfolg. Denn nicht immer entscheidet nur der Preis bei der Ausschreibung. Moderne Architekten lassen sich zunehmend auch von umweltfreundlichen Konzepten wie dem PVC-Altfensterrecycling überzeugen. In erster Linie haben wir regional ausgeschrieben. Und ein Grund war nun nicht unbedingt das ökologische Fenster, also durch Recycling, sondern der Preis. Aber seine Argumentation hat uns überzeugt, sodass wir uns für sein Fensterprodukt entschieden haben. Gerade bei Hochhäusern aus den 1970er Jahren ist der energetische Sanierungsbedarf mitunter besonders hoch. Das gemeinnützige Siedlungswerk Mainz ließ im nahegelegenen Hochheim ein achtstöckiges Wohngebäude modernisieren. Dabei wurden 120 Fenster ausgetauscht, Fassaden gedämmt und Heizanlagen erneuert. Auf dem Dach wurde zudem eine Solaranlage montiert. Mit dem Fensteraustausch beauftragt war das Unternehmen Geho Fenster und Türen aus Nossen bei Dresden. Als Recyclingpartner der Revindo freuen wir uns, dass wir dieses Objekt für den Wettbewerb umweltgerechte Modernisierung und das PVC-Altfensterrecycling gewinnen konnten. Meist kommen die PVC-Fenster über die Entsorgungsfachbetriebe zu uns, sodass wir die Herkunft nicht zurückverfolgen können. Hier ist dies anders. Der bauausführende Betrieb, die Firma B&O und die Fensterbaufirma Geho Fenster geben die Altfenster direkt zum Verwertungsbetrieb in die Anlage der FK-Umwelttechnik nach Behringen. Nach Einsendeschluss fand im November 2013 die Jury-Sitzung statt. Bewertet wurden bei den Bewerbern neben der Zahl der Fenster auch der Umfang des Projektes, die Zahl der Einzelmaßnahmen sowie die erzielte Energieeinsparung. Neu eingeführt wurde auch der soziale Aspekt, das heißt die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bewohner. Die Jury kam zu folgendem Urteil. Platz 1 für das Fensterbauunternehmen Kessler für das Bad Kissinger Sanierungsprojekt. Platz 2 für die Firma Geho für das Modernisierungsprojekt in Hochheim. Auch diesmal wurde ein repräsentativer Ort für die feierliche Preisverleihung gefunden. Der historische Sitzungssaal des Bad Kissinger Rathauses bildete einen würdigen Rahmen für die Veranstaltung. Oberbürgermeister Kai Blankenburg kam persönlich zur Preisverleihung und äußerte großes Lob für das gelungene Projekt in der Pfalzstraße. Als Schirmherr würdigte Professor Harald Herrmann den ersten Preisträger Stefan Kessler. Die Idee des Wettbewerbs umweltgerechte Modernisierung sowie das von Revindo organisierte bundesweite System für PVC-Altfensterrecycling. Anschließend erfolgte an Wettbewerbsgewinner Stefan Kessler im Beisein des Oberbürgermeisters, des Schirmherrn und der Wettbewerbsinitiatoren die Übergabe der Siegerurkunde, eines Gutscheins über 50 Tonnen kostenfreie Entsorgung von PVC-Altfenstern sowie eines Schecks mit dem Preisgeld von 2000 Euro. Dass man auch mal eine Wertschätzung bekommt für das, was wir machen, also was meine Mitarbeiter und ich eigentlich jeden Tag bewerkstelligen. Gewürdigt wurde bei der Preisverleihung auch das Engagement des Investors Scheible Immobilien, der mit der Sanierung aus vier leerstehenden Wohnblöcken ein schmuckes neues Wohngebiet mit hohen energetischen Standards gemacht hat. Darunter auch ein Energieeffizienzhaus 100. Der zweite Wettbewerb umweltgerechte Modernisierung war wie der erste erfolgreich, da waren sich alle einig. Wir sind sehr glücklich sogar, weil wir eben auch sehen, dass mittlerweile ein Umdenken stattfindet, auch bei einem Fensterbauer. Man könnte ja jetzt sagen, der Fensterbauer ist daran interessiert, seine Fenster zu verkaufen und auch natürlich in gewisser Weise zum energetischen Sanieren beizutragen. Aber wir haben es hier bei der Firma Kessler gesehen und sehen es auch bei anderen Firmen, dass man weiterdenkt. Man geht eben nicht davon aus, dass ein ausgebautes Altfenster Abfall ist, den man sich entledigen will, den man verbrennt oder wo auch immer hinbringt, sondern man hat hier erkannt, dass der recycelbar ist.